Glück auf Schalke und herzlich willkommen auf Schalke Insight zu den aktuellen S04 News. Kapitän Danny Latze hat es ja zuletzt nicht in unsere Schalker Startelf geschafft und vor dem Spiel gegen Aue spricht unser Trainer Gramozis diesbezüglich einmal Klartext. Kurz wurde der Blick von Dimitros Gramozis böse. Warum sollte ich ein Problem mit Danny haben, sagte der Trainer von Schalke heute in der Pressekonferenz energisch, als auf mögliche Spannungen zwischen ihm und seinem Kapitän Danny Latze angesprochen wurde. Man muss ja nicht gleich ein Problem mit einem haben, nur weil er mal nicht spielt. Es kann auch an der Ausrichtung und an der momentanen Verfassung liegen. Gramozis weiter, dann müsste ich ja mit allen Spielern ein Problem haben, die mal nicht spielen. Wir sind hier im Leistungssport. Fakt ist aber, der 32-Jahre-Art-Mültelfeldspieler wurde um 1 zu 1 gegen Ingolstein Kiel am vergangenen Wochenende erst 5 Minuten vor dem Abwiff eingewechselt. Den Vorzug in der Zentrale hatten die jüngeren und agileren Rodrigo Salazar und Blendi Idrissi erhalten. Den Rotioniers Latzer und auch Dominik Drexler blieb nur ein Platz auf der Ersatzbank. Auch weil sowohl Latzer als auch Drexler zum Ende des Vorjahres Probleme mit dem Muskel hatten, beide verpassten Teile der Vorbereitung. Danny weiß auch, dass nach seiner langen Verletzung noch nicht bei 100% ist, sagte Gramozis etwa zum Kapitän. Trotzdem ist er ein ganz wichtiger Faktor für uns. Nicht umsonst ist er unser Kapitän. Dass Latzer allerdings wichtig für die Schalker ist, konnte er seit Saisonbeginn noch nicht zeigen. Schon im ersten Saisonspiel verletzte er sich schwer und viel mehrere Monate aus. Nach seinem Comeback Ende Oktober hat er dann Probleme, zurück in die Mannschaft zu finden und verletzte sich erneut. Für den gebürtigen Gelsenkirchenern, der eigentlich ja der Kopf der Schalker Mannschaft sein soll, glich die Hinrunde einem Albtraum. Er wird jetzt Stück für Stück wieder in die Mannschaft herangeführt und wenn er bereit ist, wird er auch wieder spielen, stellt Trainer Gramozis klar. Aber die Konkurrenz auf Latzers Position ist inzwischen natürlich groß. In den zurückliegenden Spielen konnte vor allem Rodrigo Salazar in der Zentrale überzeugen. In Sachen Tempo und Spielfreude ist er dem Routinier deutlich überlegen. Auch gegen Kiel kreierte er einige gute Chancen und entschied Reblings für sich. Bis dem 22-jährigen Uruguay ja nach etwa einer Stunde vollkommen auch die Kraft ausgegangen ist. Vom Talent Salazars schwemmt er es regelmäßig, doch der Trainer sagt auch, er muss eine gute Mischung finden, denn er muss die Leistung über 90 Minuten bringen. Die Position im Zonalen Mittelfeld neben Salazar hat in dem vergangenen Spiel in Blendy Driessi sicher, dessen Spiel ähnlich frech und unbekümmert ist. So ein Spiel gegen den FC Herzgebirge auch an diesem Samstag, allerdings könnten die Karten natürlich neu gemischt sein. Der Konkurrenzkampf ist groß. Mit Blick auf vier starke Profis zur Zaltposition wird es auf Schalke erneut Härtefälle geben. Wir brauchen diese gute Mischung und den Konkurrenzkampf, sagte Gramozis, der gerade mit den Spielern, die enttäuscht sind, immer wieder das Gespräch sucht. Aber jeder muss Profi sein. Es geht um die Mannschaft um Schalke 04. Da muss der eine oder andere auch mal sein Ego zurückstellen. So also Gramozis und ich gehe da vollkommen mit ihm. Ich verstehe diese ganze Kritik um den Latzer nicht. Ich verstehe nicht, wie man Latzer komplett kritisieren kann als Schalke-Fan vor allem auch. Ich verstehe aber auch nicht, dass manche da jetzt ein Problem dabei beschwören wollen zwischen Latzer und Gramozis. Ich glaube, Dimi hat gesehen, dass er im Oktober Latzer vielleicht auch zu früh zu viele Spiele gegeben hat. Deswegen Latzer jetzt erst recht langsam aufgebaut wird. Und ich glaube auch Latzer weiß selber, dass er aktuell vollkommen zu Recht aufgrund seiner Leistungen, aber vor allen Dingen aufgrund der Fitness den Kürzeren zieht. Trotzdem ist er sicherlich auch eine Option für das Spiel gegen Aue. Eure Meinung zu dem Thema? Gerne mal in die Kommentare und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Macht es gut, ciao und Glück auf an alle Schalker!